Kommasetzung bei Appositionen und nachgestellten Erläuterungen Nach einem tosenden Sturm sind Derry und Smilla auf einer einsamen Insel gestrandet. Alles, was ihnen geblieben ist, sind ein Stift, eine Polaroid-Kamera, ein Taschenmesser, ein Logbuch. In diesem Satz findest du eine Aufzählung der Gegenstände, welche mit Smilla und Derry auf die Insel gespült wurden. Erinnerst du dich an die Kommaregeln für Aufzählungen? Du setzt ein Komma zwischen gleichrangige Wörter und Wortgruppen, die nicht durch Konjunktionen miteinander verbunden sind. Wenn du dir unsicher bist, ob es sich um gleichrangige Wörter oder Wortgruppen handelt, setze ein UND zwischen die Satzbausteine der Aufzählung. Alles, was ihnen geblieben ist, sind ein Stift und... Jetzt kostenlos testen! ...